ja momo leute euer zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen folge von fallout 76 ich habe mir notizen gemacht es ist eigentlich nur schieße fotos das ist am meisten wenn wir was sehen dann gucke ich ob ich davon ein foto schießen sollte und wenn ja dann ja guck mal hier ist ein fuchs er ist zwar tot aber mir wurde gesagt erzählt mir wurde gesagt erzählt habe ich irgendwas rituelle maske da du kannst weg die lukskamera also mir wurde gesagt das zählt zehnmal fuchs kann ich den fuchs schon mal streichen nice so wir sind da immer noch es laut meiner theorie jetzt meine ich in die richtung gibt es sinn wenn wir nach westen schauen dann muss das ja da sein also wir kriegen das schon irgendwie hin und vor allem sollte unter uns eine stadt sein dann schleichen wir uns hier mal durch die gegend scheiße ich bin drüber gesprungen bin profi ach geht doch nach hause was ist jetzt hier passiert was ist es was war das was 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 ist genau jetzt passiert haut ab haut ab hier rein theoretisch ging ja das sogar aber ich habe keinen bock diese drei auf einmal fertig zu machen ihr seht ja keine kleine stadt oder so gar nichts kein camp nichts nada niente einfach nur laufen alter was ist denn los mit euch ich habe es dir gegeben oh mein gott lass mich doch einfach in ruhe wer ist nur einer ok aber drei alle stufe 80 sich aber gar nicht in den westen wie libt das gar nicht oder das passt nicht hör mal stimmt hier nicht könnt ihr euch mal verziehen ist das eine option ach guck mal da ist auch eine vierte ist das ein zuhause nee tomahawk ja wow könnt ihr behalten irgendwie stimmt das vorne und hinten nicht hier irgendwie stimmt das nicht keine ahnung was ich hier falsch mache aber jetzt haben wir wenigstens zeit kurz drüber nachzudenken wo wir hier sind und was wir hier überhaupt gerade tun und da unten waren wir anscheinend schon mal seid ihr immer noch hinter mir her jetzt sind es vier alles klar junge wünsch dir viel spaß okay ist hier vielleicht jemand anderes die aufmerksamkeit auf sich denkt nee hier ist auf jeden Fall eine kleine siedlung hier hat er Spaß beim sterben der ist sekt mein freund der ist sekt ich treff die nicht der ist einfach zu gut versteckt in den rücken wir haben gleich wieder ein level up ich weiß nicht was wir damit anfangen sollen ich muss erst gucken ich vermisse so ein bisschen die option auf köpfe zu zielen im watz aber naja was willst du machen was ist überhaupt für ein krieg ist das vielleicht sogar die siedlung die ich suche was mach ich mir überhaupt hier so viel ihr kommt bestimmt von den brandbestien ne weil die ja immer durchgeflogen sind geht doch weg moment das ganze ist doch cranberry bock gewesen oder nee Savage Divide ein Camp das Dach ragt doch über über die Felsen oder und das hier alles hier drin ist Savage Divide ich will auch nicht zurück zu den Viechern regen die Viecher mich auf so was schwören denn hier zu viele von denen rum so haben wir hier irgendwo eine Siedlung ist das vielleicht Hunter's Will mir gehen die Ideen aus Leute ich weiß nicht es könnte überall sein es könnte in meinem Arsch rein ganz ehrlich da gibt es auch die gleiche Aussicht aber das ganze liegt einfach nur im Winkel des Betrachters ne das heißt wir gehen jetzt hier mal hoch ich komme euch besuchen Jungs Mensch wir spielen ich bin doch kein Mensch das Ding das dich tötet wirst du uns gern oh dankeschön ja ist klar dreht sich um und schießt auf mich willst du das auch? bitteschön das könnte sein hallo bitte nicht töten oh mein Gott das sind zu viele kannst du jetzt mal sterben vielleicht sollte ich so ne gegen das eine Auskunftschaften bevor ich wie so ein Berserker reinrinne ok erstmal die mit den Knacken ich hätte hier auch easy wegsnipern können aber hey wir machen es mal auf die schwere Art und Weise wie viele sind denn noch hier am Leben wenn es weiter geht ich nicht aber es spart Munition und Zeit so hat jemand für mich ein Stim? könnte ich jetzt nicht gut gebrauchen aber nämlich ah zwei Stück sehr schön ich glaube das ist die Anzahl die ich verbraucht habe höre ich hier noch Schritt also da ist Westen das Problem ist das ergibt keinen Sinn hier sind keine Berge wo könnte das denn sein alter Leute ich verstehe es nicht rennen wir doch mal auf die Klippe nochmal und von da aus gucken wir nochmal nach dem Winkel wie begreife ich das nicht weil da hinten war auch keine Stadt oder so oder Dorf oder irgendwas hier ist zwar einer aber das passt einfach nicht zusammen Wagen ist das Problem ist halt dass das Ganze endlich eine Zeichnung ist kein Foto wäre es ein Foto wäre es natürlich ganz anders da würden wir von hier aus mal Richtung Westen gucken es ist nicht wirklich einsehbar hier Zwillingssehen ja ich sehe hier ganz viele Seen Hörschkuh oder so irgendwas was ich gebrauchen könnte ein Gartenzwerg ein Gartenzwerg mit einer Fotokamera alles klar Mr.Pedowair ok was sagt uns diese Aussicht wenn wir jetzt hier sind da hinten ist der Scherzgeks der Winkel passt sogar in etwa ein Huhn von einem Huhn war nie die Rede oder immer trotzdem mal ein Foto von vielleicht habe ich es übersehen einen Huhn findet man jetzt nicht so oft Zagok also gezählt aber gut juckt anscheinend niemanden also vom Winkel her würde ich sagen gut ok ah das heißt ja dass ab hier das heißt rein theoretisch Mittelberghütten gehen wir doch mal zu den Mittelberghütten schönes Foto das gefällt mir ähm von den Mittelberghütten könnte es was werden wenn die Hütten gemeint sind das muss in der Nähe nur irgendwas sein aber wenn ihr mich fragt eigentlich könnte es nur ah der ist doch zu weit weg oder der zentrale Ausguck ist doch viel zu weit weg Westen 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 ist ja jetzt schon kaum zu erkennen nein aber wenn die mich fragt wobei es könnte auch das Ding ins Kirchens gemeint sein ich meine von hier aus gucken wir auf Whitesprings runter besser gibt alles keinen Sinn also wenn ihr mich fragt müssen wir das ist das einzigste Metallgebäude wirklich in der Nähe der zentrale Ausguck außerdem können wir da auch einmal kurz durchgucken und vielleicht finden wir etwas spezielles dafür irgendeinen Ort das ist das einzige was mir gerade einfällt oh die haben Spaß Westen Westen ist da hinten ach ja die beiden süßen alles klar Gebiet ausspähen gucken Richtung Westen und wir sehen einfach mal nix Seneca Gang Lager das ist alles das ist da die Vantage eventuell Richtung Westen gucken das sieht vielversprechend aus oder das sieht vielversprechend aus der Winkel könnte passen aber da ist keine Stadt es sei denn das ergibt doch keinen Sinn oder ist es einer der Masten Westen Westen natürlich jetzt sehe ich es jetzt sehe ich das das muss quasi das da sein klar dieses Gebäude da das ist es alles klar das heißt es könnte einer dieser Masten sein oh Gott es macht mir echt Spaß und es ist wirklich nicht einfach da überhaupt durchzublicken ich finde das einfach so cool endlich mal was Gutes gemacht hier Klo Hot Dog ziehen wir uns rein ganz klare Sache so und um das zu überleben kurz mal die Baggerrüstung so da haben wir noch einiges zu fotografieren ich hoffe mein Film reicht aus ansonsten Baubeiver 9 Geradiboo so vom Winkel her das muss der hier sein oder nee aber wir sind doch viel zu niedrig ich habe nur kurz gezeigt wer hier der Boss ist halt der hier wird es nicht sein gucken uns zwar Richtung Westen aber es ist nicht perfekt und wir sehen auch nicht das Gebäude na gut ziehen wir die Schnösel mal hier aus ach das haben wir auch noch nicht entdeckt ach komm geh wir runter Mollegar Umspannwerk das Spiel sogar geleckt schlag ihn doch konnte ihm Watzmodus nicht schlagen ich habe fast schon wie meine Katze die aus der Seite angesprungen kommt ich bin ein Profi-Sniper wer hat es gesehen so direkt neben der Bahnstation könnt ihr es glauben ist das ein Spieler soll guckt euch die Affen an ich war jetzt schon die ganze Zeit am richtigen Ort cool danke ich war zu blöd den zu treffen der hat hier sogar ein Haus der hat hier ein Haus und hier soll es sein ich sehe ihn scheiß oh mein Gott ich sehe gar nichts und Westen ist auch da hinten ist Westen jetzt da hinten ich sehe gar nichts hä da eventuell ich dachte ich hab's und dann siehst du einfach mal gar nichts oh mein Gott okay okay Westen wow also ich bin weit gekommen ich bin zurückgegangen oder Westen ich muss höher ich muss einfach höher also doch da ich bin so nah dran wir können jetzt nicht aufgeben Leute wir können es nicht es geht einfach nicht oh jetzt nur noch bis zum Abgrund da müssten wir es haben warum muss das Leben so schwer sein wieso können wir nicht einfach einen Questmarker da hinziehen weil es Spaß macht weil es macht Spaß alles halt irgendwo auch auf eine skurrile Art und Weise irgendwie ein bisschen nervig wenn man glaubt etwas gefunden zu haben aber es dann doch nicht da war ist das hier? wurde ich gesehen von irgendwas? halt das ist eine Ratte ne? braucht auch eine Ratte keine Ahnung ich kann das Fiecher erstmal töten und dann fotografieren wo ist meine Laserpistole? ach scheiß auf Laserpistole komm ja gut wenn ihr wenn ihr in Stücke zerfällt dann ist das ein bisschen blöd das ist Kunst? okay Ratter war nicht dabei ich hatte jetzt nicht genug Zeit zum gucken also gut wir riskieren ein Blick nein was mache ich denn hier? suchst du auch nach dem Schatz wie ich? hallo ihr beiden was geht? ah hier wollte ich doch gar nicht hin oder doch? was ist los? weiß gar nicht was ich tun nichts erscheint gut will ich meinen so wo ist jetzt die Werbetafel die ich meine? war die nicht hier irgendwo? jetzt stimmt mit euch nicht hä? die verfolgen mich so aber ich nö ich werde die nicht abknallen solange die nicht rot sind ach guck mal das ist ein Haus was ist los? ja komm schieß nochmal wieso wird der nicht rot? ich warte komm schieß schieß ja du hast Angst ich wusste es ich wusste es ich wette wenn ich einmal schieße ist es vorbei dann bin ich gesucht was ist denn los mit euch? keine Ahnung schreibt mir in die Kommentare so guck mal da wohnt jemand wer ist das? oha Stufe 323 die haben noch echt Probleme ich wette der nicht sterben nicht sterben ich lebe wieder ich schiete oh mein Gott habe ich heute eine Rüstung an? ich erinnere eine Rüstung an die mich rettet verdammt es passt fast guck mal da hat es geleuchtet da hinten scheint so als ob ich irgendwie was mit verkaufe oder so momentan wir sind fast richtig leute fast ist es möglich? ist es doch die Werbetafel? es muss die Werbetafel sein muss einfach komm versuchen wir es was geht denn da ab? komm schon Werbetafel lass mich nicht im Stich so hungry ja dann ist doch was wo ist denn dein Problem? ne so okay es ist die Werbetafel das ist die Werbetafel Leute ich dreh durch da muss das ja irgendwie von hier sein ne hier so bist du der Schatz? es ist der Schatz gezackte Elektroklinge chinesisches Offiziersschwert äh Mod noch ein Mod äh Psychotetz Marine Rüstung linkes Band komm schon irgendwas Gutes silbernes Tafelmesser goldene Tafelmesser ich fühle mich verarscht aber wir haben es heute wir haben es da haben wir auch noch zwei wir haben da einen Riss und es geht Richtung Osten im Wald Richtung Osten es könnte überall sein ich glaube dass hier noch irgendwo ein Riss sein könnte ja das könnte überall sein Leute das könnte überall sein das könnte auch hier im Wald sein es geht Richtung Osten es gibt einfach nichts Markantes an der Stelle oder? da ist halt da klafft einfach nur ein Riss da ist ein Auto und ein paar Bäume wow und Felsen ich werde noch diese Folge hier hin reisen und dann äh lassen wir uns einfach überraschen ob es in etwa irgendwo hier sein könnte wenn irgendwo ein Riss in der Nähe ist dann könnte es sein wenn nicht dann dann nicht so wir haben hier Wald Riss sehe ich hier keins hier sind hier ist wahrscheinlich der Shop drinnen offensichtlich nicht sorry ich mache auch wieder zu ich bin brav nicht wie andere die haben wir die Tür offen stehen lassen oh Medizin Baupläne über Baupläne wie viel Geld habe ich 1160 schon wieder Buchstapler Schiebsquatch Outfit das ist bestimmt cool den habe ich auch heule feuert ein zusätzliches Geschoss ab ist schon krass wenn ich hätte feuert ein zusätzliches Geschoss ab plus erhöht der Schaden wenn das Ziel maximale Gesundheit hat das wäre sau nice aber leider bekomme ich so ein Zeug nicht ich bekomme nur Planken Level 5 mit 3 Sternen das bekomme ich finde ich schon ein bisschen frech aber gut ja wie gesagt Osten ist ja da also alles schön und gut irgendwie wenig hilfreich oder weil die Ecke ist zum Bauen bestimmt richtig cool ich sehe hier weder ein Riss noch sonst noch irgendwas dieses Savage Device 10 oh Junge da ist kein man sieht einfach nichts das könnte auch ein ganz normaler Riss im Boden sein ja gut ich würde sagen das war es erstmal für heute wir haben auf jeden Fall den Schatz gefunden den wir finden wollten wir sehen uns beim nächsten Mal und dann nehmen wir einen anderen Schatz also den werden wir so früh nicht finden glaube ich Zweifel stark vom Wetter her sind wir jetzt wieder in Savage Divide aber es hilft einfach keine Ahnung ich sehe hier halt nichts ich sehe hier halt Bäume ja das war es auch gut wir sehen uns beim nächsten Mal ciao wow wir sehen uns beim nächsten Mal Vielen Dank.